Gekrümmt und kraftlos ist Anna Gafranifa auf dem Boden. Die Decke schützend bis zum Bauch hochgezogen. Die 18-Jährige ist im Hungerstreik vor dem Platz des Auswärtigen Amts. Und mit ihr 29 weitere Exil-Iraner. Seit 45 Tagen nimmt Anna keinerlei Nahrung zu sich, nur Wasser und gezuckerten Tee. Sie protestieren gegen die Zustände im Camp Ashraf, ein Internierungs- und Flüchtlingslager im Irak, das von irakischer Miliz überfallen wurde. Wir protestieren dagegen, um einen weiteren Angriff auf das Camp Ashraf zu verhindern, weil am 28. und am 29. Juli ein irakischer Militärangriff auf das Camp war, wo elf unserer Freunde getötet worden sind, wo über 400 Menschen verletzt wurden und darunter 36 Geiseln genommen worden sind. Und wir haben die Befürchtung, dass ein weiteres Massakar passiert in diesem Camp. Der körperliche Verfall nach sechs Wochen ohne Essen ist deutlich zu sehen. Aber aufgeben will hier niemand. Anna hat Angst um ihre Tante, zu der sie seit Januar keinen Kontakt mehr hat. So wie sie ist jeder hier in Sorge, denn mindestens ein Familienmitglied ist in Ashraf. Wo ich die Bilder gesehen habe, ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe nicht zusammengekrampft und nur geweint. Aber das kann man nicht in Worte fassen, was man fühlt. Die Volksmujahedin, wie sie sich nennen, sehen sich als Opposition zur islamischen Regierung in Teheran. Rund 900 Mitglieder sind in Deutschland aktiv. 30 von ihnen, meist mit deutscher Staatsbürgerschaft, protestieren hier in Berlin. Wir fordern als allererstes, dass die UN dort eine Delegation hinschickt und die Sicherheit dieses Campes übernimmt und garantiert auch vor allem für diese Menschen, für diese 3.500 Bewohner dort. Und wir wollen, dass Deutschland Druck ausübt und dort als Vertreter dort hingeht. 18 Kilo hat Anna bislang abgenommen. Sie hat Magenschmerzen und Nierenprobleme, war schon im Krankenhaus. Doch das hält sie nicht vom Hungern ab. Ich persönlich habe vor, so lange weiterzumachen, beizubehalten diesen Hungerstreik, bis wir, also bis deren Forderungen erfolgt sind, bis deren Garantiesicherheit da ist und dass keine Gefahr mehr für diese Bewohner Aschafs besteht. Mütter, Väter, Töchter und Söhne. 3.500 Menschen leben im Camp Aschaf und mit ihnen die Angst vor einem neuen Übergriff der Iraker. Und erst wenn die Welt aufsieht, werden Anna und die anderen Exil-Iraner den Hungerstreik beenden.